Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rettet die Verlobenen, anzunehmen bei Seyhat die Erbauerin. Im Ardenwald, Herz des Waldes, auf der Ebene die Wurzeln, an dieser Position. Forquest war das Reservoir wartet. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Quest Rettet am Stück zeige. Außerdem findet ihr bei den entsprechenden Videos in den Beschreibungen die Zeitpunkte angegeben, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest überspringen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Flatterbling. Im Ardenwald, Herz des Waldes, diesmal auf der Ebene der Stamm, an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. It's okay. Ende.